Halsschmerzen sind eigentlich nur die Empfindung des Patienten, dass es beim Schlucken, beim Essen und Trinken oder auch mal spontan im Hals weh tut. Halsschmerzen kommen bei Erwachsenen so ca. 2-3 Mal im Jahr vor, bei Kindern je nach Altersgruppe häufiger. Also man kann sagen, kleinere Kinder, so zwischen 1 und 4 Jahren, haben schon bis zu 10 Mal im Jahr Halsschmerzattacken und auch andere grippale Infekte. Und je älter sie werden, desto seltener tritt das auf. Ab dem Schulalter haben sie, genau wie Erwachsene, ca. 2-3 Halsschmerzepisoden im Jahr. In den meisten Fällen handelt es sich um virale Infekte. Der Krankheitsablauf ist häufig sehr verschieden. Es kommt auch darauf an, ob es eine virale oder eine bakterielle Entzündung ist. Häufig beginnt es mit ganz leichten Schmerzen, eben beim Schlucken vielleicht, und baut sich dann auf. Wenn es viral ist, dann ist es häufig einhergehend mit anderen Symptomen wie trockenem Husten, laufender Nase, Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen. Hingegen ist es eine bakterielle Entzündung. Es ist eher so, dass es sich auf ein Organ, z.B. die Mandeln selbst, beschränkt und dann die Mandeln wehtun und dann auch Fieber dazukommt. Handelt es sich um einen viralen Infekt, sind Antibiotika sinnlos, weil sie gegen die Viren gar nicht wirken. Das verursacht nur Kosten und außerdem muss man ja auch bedenken, dass Antibiotika auch Nebenwirkungen haben. Es können Allergien auftreten, sowie auch Durchfälle und gegebenenfalls auch Pilzinfektionen. Folgendes können sein, wenn man zu viele Antibiotika einsetzt, ist, dass die Antibiotika nicht mehr wirken und man muss dann andere Antibiotika einsetzen. Wenn dann keine mehr zur Verfügung stehen, haben wir ein grosses Problem, weil bereits banale Infektionen mit Bakterien dann nicht mehr korrekt behandelt werden können und speziell bei geschwächten Patienten dann halt doch auch zum Tod führen können. Meistens handelt es sich um einen Virusinfekt und den Virusinfekt behandelt man, indem man in erster Linie etwas gibt gegen die Schmerzen. Es gibt Lutschpastillen, die enthalten Lidocain, das ist ein Lokalanästhetikum. Dann ist in den Lutschpastillen meistens noch eine bakterientötende Substanz mit dabei, zum Beispiel Chlorhexidin und durch das Lutschen der Pastillen wird vermehrt Speichel produziert. Will man Halsschmerzen vorbeugen, sollte man zum einen auf eine ausreichende Anfeuchtung der Schleimhäute achten. Das bedeutet ausreichend trinken. Wichtig ist, dass man auch nicht in zu trockener Luft schläft, also beispielsweise im Schlafzimmer im Winter Heizung ausmachen, vorm Schlafen nochmal ordentlich durchlüften. Zweitens wäre wichtig, dass Immunsystem zu stärken. Dafür ist es erforderlich, ausreichend zu schlafen und sich gut zu ernähren. Dann ist es auch wichtig, eine ausreichende Mundhygiene zu betreiben. Zweimal täglich Zähne putzen und nicht rauchen.